Hallo liebe Zuschauer, wie Sie sehen können, habe ich hier mehrere Gäste im Studio, von denen aber drei einfach irgendwie willenlos den Kopf hängen lassen. Das liegt darin, dass sie hypnotisiert sind und zwar von Faro, dem bekannten Hypnose-Therapeuten. Wenn Sie wissen wollen, was er mit meinen Gästen sonst noch so in der Sendung anstellt, dann schalten Sie ein, heute Abend Studio 2 auf FHN-Television.